Man muss reingehen, wenn man Zeit hat, auf die Plattform, die flürgen vor mich. Und dann schauen Sie mal die E-Mails, weil sie sich gegenseitig bombardieren. Ich habe da auch mal zwei geschrieben, aber nur so. Was sagt er denn da? Ich weiß. Kann man gleich auch einige Kinder sich hier lassen? Oh, es ist hier nicht das Auge. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Tschau. Danke. Lukas. Lisa? Nimm mal deine Schultüre vom Studio sein. Ich weiß, dass das keine ist. Lukas. Ich weiß, dass das keine ist. Soll ich nicht gucken? Schlochkopf. Jana? Ja, ja. Na ja, sie müssen jetzt mal hingestellt werden dieses Jahr. Oh Gott. Ein bisschen blöd, wir stehen alles so. Einige sollen sich vielleicht hier warten oder so was? Ja, das hab ich auch gedacht. Ja, es fehlt irgendwie was. Ja, es fehlt irgendwie was. Das machen wir gleich zu, jetzt lachen wir kurz nicht. Darf ich mal kurz durch? Ich darf auch nicht gucken. Darf ich mal ein bisschen weiter an Christine lachen? Ja, ich würde jetzt sagen. Du guckst, wo der Fotograf das gesagt hat. Jetzt, da vorne. Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Ja, dann rutsch mal ein bisschen runter. Lässt die Schulgeschichte auf. Christine! Mach doch mal! Ihr dürft auch machen, ja? Ja.